Hallo und Willkommen zurück zu Let's Wimmel Dark Arcana der Jahrmarkt. Wir waren stehen geblieben, dass wir hier mit dem tollen Moped jetzt losfahren könnten, theoretisch. Können wir damit losfahren? Müssen wir irgendwo hier hinklicken oder so? Kann ich das Ding jetzt nicht einfach benutzen? Achso. Okay, Strom ist da, Lenkrad ist da. Hä? Wo kommt denn jetzt dieser Rettungsding? Ah, da fehlt ein Rad. Schau mal, einer guck. Also ein Rad im Adisch. Hm, wo kriegen wir jetzt ein Rad her? Was ist hier irgendwas? Ne, da hat sich kein Wimmelbild auf... Ups. Da hat sich kein Wimmelbild aufgetan. Deiner fällt vor ihm. Deiner ist offenbar irgendwas. Da ist nur das Fleisch. Ach, da. Das haben wir jetzt, das Brecheisen. What? Was habe ich jetzt? Rettungsring mit Leine. What? Kein blassen Schimmer. Hier gibt es irgendwas zu tun. Ach, da hinten. Da hinten. Ich sehe es. Gehst du da hin? Ach, der Affe muss das machen. Na komm, hopp. Miles. Ja, ich helfe dir ja jetzt. Oh, guck mal an, wie süß er dort macht. Hast du mir den Reifen auch mitgebracht? Ja, hast du. Brava. Brava, Affe. So. Auf geht's. Da ist ein Schlüssel drin, da ist ein Schuppen. Es hat keinen Sinn, den Motor jetzt zu starten. Durch das Kall kann das Auto nicht wegrollen. Durch das Kall, durch den Kall. Haben wir dich endlich eingeholt. Ich bin ein sehr persistente Detektiv, aber so bin ich. Entstehen Sie nicht? Ich werde sie zurückbringen, egal ob der Kosten. Ich... ich schulde ihr euch. Der Master sagt sie, und sie wird. Sie muss. Also Jim planst wirklich, uns zurückzukehren? Oh mein, werden sie dann dann zu Susan sacrificeieren? An... Andenktafel. Und das hier, ne, ne, ne. Eine Andenktafel. Das war das. Absatzschuhe. Rosenbrosche. Rosenbrosche. Nachtigall, Haarlocke. Riechsalz. Äh, ein Kamm. Eine Todesfee, das könnte wahrscheinlich die hier sein. Ein Kuss. Äh, was brauchen wir denn noch? Da ist die Nachtigall. Eine Rosenbrosche. Die sehe ich jetzt... Das war eher eine Rose, keine Rosenbrosche. Aber okay. Eine Amphore. Äh, was haben wir noch? Herz ist da oben. Ein Kreuz ist da. Ein Kamm ist da. Und eine Amphore. Was ist denn jetzt der Amphore wieder? Das Ding? Ah, das Ding. Dann können wir wahrscheinlich jetzt das Riechsalz. Und damit können wir dann zurückgehen. Aber ich würde gerne hier noch gucken. Das ist wahrscheinlich nur ein... Oh, was ist das denn? Haaah. Ich habe das Benzin abgepumpt. Bleiben Sie auf der Insel. Zu Ihrer eigenen Sicherheit. Sie sind hier draußen in großer Gefahr. Jim. Ach, der wird uns sowieso nicht aufhalten können. Schnur mit Haken. Aufgepumpter Ball. Da ist der Ball. Da ist die Pumpe. Wieder mit zweimal pumpen ist der voll. eine Tauchermaske. Eine Tauchermaske. Das ist eine Brille. Da ist die Tauchermaske. Schnur mit Haken. Das ist da. ein nasser Graben. Ist einfach der Graben. Ist einfach das Wasser wieder weg. Da ist die Sonnenbrille. Da ist die Dartscheibe. Äh, da kommt die Shannon übrigens rein. Sie sagt Hallo. Ähm, da haben wir das Getränk. Da haben wir die Sandale. Da haben wir die Flossen. Fächer, Ritter. Äh, und, äh, Drache. Was heißt der Drache? Nein. Nein, wo ist denn der Fächer? Ich sehe den Fächer jetzt gerade nicht. Fens. Das könnte auch so ein Ventilator sein. Äh. Ein Fächer. Das war so ein, so ein, so ein Rad zum, wo man so gegenpustet und das dreht sich. Das haben die als Fächer bezeichnet. Ich habe wieder mit falschen Übersetzungen zu kämpfen. Und last but not least einen Drachen. Gut, einen Drachen kann man nicht falsch übersetzen. Das ist der Dragon. Das ist ein Zebräu, glaube ich eher, oder? Ja, das ist ein Delfin. Äh, wo haben wir denn hier einen Drachen? Das ist kein Drache. Das ist ein Elefant. Ach so, ein Drachen. Ich habe jetzt an das Fabelwesen gedacht. Da habe ich mich aber leider vertan. Achso, was ist das denn? Ich muss die Falle öffnen, um den Gegenstand herauszuholen. Das funktioniert nicht. Da haben wir ein Klavier. Es fehlen Klaviertasten. Ja, ach echt. Was haben wir hier? Jim Gordons Auftritt aller Zeiten. Verpassen Sie es nicht. Ein lebensveränderter Event. Hm, was haben wir denn da? Da haben wir einen Schlüssel. Es ist zu weit oben. Haben wir hier noch irgendwas? Karte? Ja, hier gibt es irgendwas. Das war nie ein Ort für meine Liebe. Sie ist bereits dort, wo sie erwachen wird. Okay, Medaillon. Die Stimmen waren mir gerade zu leise. Optionen. Machen wir den Sound. Ein bisschen höher. Anhöhe. Kann ich... Okay, das klappt damit. So, jetzt... Achso, das anschließen und dann den Motor starten. Dass das Auto auch genau diese Kurve fährt. Genau die Kurve, um da rein zu krachen. So, was haben wir denn da? Alles muss genauso sein wie in dieser Nacht. Die Originalstilscheibe muss in der Arena aufgebaut werden. Okay. Was habe ich denn jetzt bekommen? Ein Maulschlüssel. Genau, genau. Der versucht, die Nacht nachzustellen, in der seine Angebetete starb. Ein Maulschlüssel. Was kann ich jetzt mit einem Maulschlüssel machen? Kann ich jemandem aufs Maul hauen oder so? Ein Sandschloss der Orte in der Spiegelwelt werden immer seltsamer. Hm. Schuppen. Ah, da kommen wir jetzt oben zum Parkplatz hin. Ja, okay. Eine Kurbel haben wir gefunden. Im Briefkasten fehlt ein Griff. Ja, dann machen wir noch mit dem Maulschlüssel auf. Was haben wir hier? Ich brauche ein geeignetes Werkzeug, um sie abzuschrauben. Okay, dann müssen wir offenbar den Wagen draußen wieder zusammenbasteln. Natürlich. Natürlich setzt Frau wieder alles unter Feuer. Ach ja, lassen wir das mal eben ein bisschen brennen. Wir müssen nämlich hier erst die Kurbel ansetzen und mal dran drehen. Ach, gucken wir da. Zufälligerweise ist ein Eimer Wasser auch direkt vor Ort. So, und gehen in den Wohnwagen rein und finden Kerzen. Der Wächter wohnt zwischen den Reichen und verhindert das unerwünschte Wesen durch den Spiegel reisen. Er darf die Geschehnisse in beiden Reichen nicht beeinflussen. Doch ist er unglaublich mächtig. Vermutlich ist... Das ist wahrscheinlich der Grund für die Barriere. Äh, bla bla bla. Hier haben wir was haben wir hier. Da haben wir einen Stab. Ah, ich weiß schon, welches Spiel hier wieder kommt. Natürlich habe ich mir das von den anderen Wimmelbildern von Artifacts Muni nicht gemerkt, wie man das lösen kann. Aber das wäre ja auch zu langweilig. Okay, dann fangen wir mal an. Wir brauchen einen Spiegel, eine Pistole und einen Teller. So, da haben wir den Teller. Da ist das der Spiegel da oben. Jawohl. Und die Pistole. Ping, 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 ping. Süß. Pistole. Sehe ich gerade nicht. Schirmtrichter-Bandage. Schirmtrichter-Bandage. Das ist die Bandage. Da ist der Trichter. Meinen die jetzt mit einem Schirm... ...einen Schirm? Oder meinen die einen Schirm? Sie meinen einen Schirm. Boxer-Shorts. Ihh. Ob die getragen sind? Deodorant und Bowling. Bowling. Deo. Fernbedienung, Golfschläger, Rasierpinsel. Da ist der Golfschläger. Pistole. Pistole, 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 Pistole. Pistole, Pistole. Sie vielleicht aufgezeichnet. Da ist die Fernbedienung. Da ist der Rasierpinsel. Das ist die Pistole. Das war ein Gewehr. Das war keine Pistole. Wie heißt... Das heißt Gewehr auf Englisch. Pistole. Pistole tatsächlich? Okay, dann... Ja, wir reden hier kein Britisch Englisch. Da fehlt ein Hebel. Ja, gut. Ich weiß, glaube ich, auch, wo wir den Hebel kriegen. Den Hebel kriegen wir hier vorne. Damit können wir mit dem Start... Können wir das jetzt hier... Ja, genau. Pool einfach ein bisschen da drücken. Jetzt tritt nochmal auf die Beerenfalle drauf. Komm. Tritt nochmal drauf. Dann ist das Spiel vorbei. Parkplatz. Briefkasten. Eine Flitsche. Was will ich denn? Eine Schlinge. Eine Schlinge ist das. Sieht völlig nutzlos aus. Eine Schlinge. Und ich habe erst einen von fünf Köpfen. Hm. Was haben wir hier? Was ist das denn? Eine Schlaftablette. Eins von dreien. Okay. Seit kurzem nicht drei Schaftabletten am Abend. Genug, um einen Löwen einschlafen zu lassen. Hm. Was der Hinweis wohl zu bedeuten hat. Ich weiß es ja nicht. Also müssen wir noch Schlaftabletten finden. Äh. Was haben wir hier? Nicht hier noch irgendwas rum. Äh. Ich schätze, der Schädel hat mehr zu tun, als nur seltsame Symbole von Wanderern einzusammeln. Okay. Äh. Wie Ihnen so aus nichts besonders hübsch. Okay. Dann gehen wir erst mal zurück. Haben wir jetzt hier irgendwas? Nein. Ach, mit der Schlinge können wir jetzt da oben... Puff. So, da ist der Schlüssel. Was ist das für ein Schlüssel? Ein Autoschlüssel. Ah, jetzt kann ich auf den Kofferraum zugreifen. Ja, klar. Und wir haben bestimmt ein Wimmelbild. Nein. Wir haben Benzin. Und das war's. Okay. Dann kippen wir das Benzin mal da rein. Ich muss zuerst den Trichter einsetzen. Ja, okay. Das ist geschenkt. Alles bereit. Aus. Los geht's. Fliehe von der Insel. Haben wir erledigt. Haben wir im Diner jetzt was noch? Okay. Da brauchen wir noch die Schlaftabletten. Und das haben wir dann noch... ...ein Medaillon. Tja, wo könnte das hinpassen? Achso, wir haben ja hier... Ach, da hinten ist er schon. Bereite alles vor. Hier ist das Riechsalz. Komm, wach auf, Mädchen. Oh, danke. Oh, thank heavens, Sie sind hier. Sie sind meine einzige Hoffnung, um zurück zu meiner kleine Frau. Sie sind... Sie sind noch hier. Und jetzt ist ein Lion, die die Schlaftabletten. Great. Listen, Jim hat mich in der Haus der Feier. Er war beschäftigt, zuerst die Räume da, und sie war sehr schrecklich. Ich habe die Schlaftabletten von ihm getrunken, hoffentlich, dass ich Dinge durchdrehen kann. Find out, was er da ist. Ich bin sicher, die Antwort ist in der Haus der Feier. Auf Wiedersehen. Tschüss.